Willkommen zurück Destiny-Beta... Warum steht er immer so schnell auf? Destiny-Beta Ja, wir haben den Ausblick genossen, haben uns ausgeruht und gehen jetzt ja, im Bereich Norden des Towers oder im Norden des Towers mal rein, weil hier war ich selber noch gar nicht gewesen und weiß gar nicht was hier so ist und ob hier überhaupt was ist Schauen wir mal, Turm Nord Ja, doch, tatsächlich Ui Bereit und stets zu diensten Naja Karte anzeigen Ah, hier sieht man mal die Karte Ah, okay, da bist du Du bist hier So, da ist noch ein Ausstatter Neue Monarchie Sprecher haben wir da noch Dann haben wir hier halt die Spezialaufträge Tresor Den, äh Dekodierer Den Waffenmeister Die Poststelle Beutezüge Schinschmelztiegel Fort Events Kriegskult Der Zukunft Schissmeisterin Toter Orbit Und Quartierwart Das ist also der Turm Haben wir mal die Karte auch gesehen Willkommen 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 So, was haben wir denn hier? Ach, das sind Abzeichen Die kann man kaufen Okay, also Jetzt verstehe ich das auch mit der Währung Warte Bestandsaktualisierung 20 Stunden Okay Ähm Also jetzt zum Beispiel Dieses, dieses Auge hier Da steht rechts 395 Und 1457 haben wir Das heißt also 395 Kossets und 1457 Glimmer haben wir Äh, Eva Eine Künstlerin in Sachen Mikromaterialprogrammierung bietet den Hüter Möglichkeiten Ihr Erscheinungsbild zu verändern Aha Das sind aber nur Abzeichen, ne? Werden wir trotzdem mal eins kaufen Mir gefällt das hier eigentlich ganz gut Na bitte Und schon haben wir nur noch 887 So, dann schauen wir mal Wo haben wir denn jetzt dieses Abzeichen? Haben wir das irgendwo? Äh, Inventar Ah, hier haben wir Drehmetall Ah, hier taucht dann dieses, dieses Drehmetall auf Und die anderen Sachen, die man halt findet Ähm Wo finde ich denn jetzt hier mein, mein Abzeichen? Kann ich mein Abzeichen irgendwo ändern? Details Profil? Ne Okay Anscheinend Äh, anscheinend Ne, wo soll, wo ist, wo soll denn mein Abzeichen sein? Oder hier Equipment? Ah, hier wahrscheinlich Jaaa, hier Ah Ja, zwei vergleichen Was soll man denn damit vergleichen? Achso, ah, okay, ah, so, ja, natürlich, viel viel schicker Viel viel schicker als dieses Standard Gefällt mir besser hier oben Auf jeden Fall So, hier haben wir noch nichts Gehen wir wieder nach oben Hier kann man sogar vergleichen, das hab ich noch gar nicht Ah, so, ja, jetzt sieht man's auch, man kann's auch direkt vergleichen Da braucht man nicht da immer hin und her schwingen Ja, ist schwächer, ist klar Zeigt doch direkt mit den roten Pfeilen daneben an Rechts jetzt zu sehen bei der 22-Resistenz, dass der Pfeil nach unten geht rot Das ist schlechter als das, was wir tragen Okay, haben wir das auch gesehen So, was ist hier? Ja, Warlock Wow Wow Was ist das denn? Uh Wow Was ist denn das? Uiuiui Es gibt noch viel für dich zu tun Wer spricht denn da? Hallo? Im Übrigen, ich hab auch keine Sound-Einstellung gefunden, um das vielleicht ein bisschen lauter oder leiser zu machen Trotzdem, es gibt viel Ach, er ist das Der Sprecher Das ist eine wahre Waffe des Lichts Ja, das bin ich Exotische Ausrüstung Erfordert Level 20 Soweit sind wir noch nicht Lichtpartikel müssen wir finden Um die Abzeichen zu ändern Ja Der Reisende wirkt durch dich Natürlich So Ja, damit haben wir das auch mal gesehen Sieht toll aus Das ist eine Tür, da können wir Nein, da können wir nichts machen So, dann würde ich sagen Ja, haben wir das auch gesehen Ich glaub Drüben bei der Ähm Schiffmeisterin, das haben wir ja gesehen Das kennen wir ja schon Dann würde ich sagen Wir gehen mal in den PvP-Modus rein Das heißt erstmal zurück zum Orbit Und Schauen wir uns den dann mal an Machen dann mal so ein paar Ründchen Und dann habt ihr den wie gesagt auch schon gesehen So, Ziel festlegen Der Schmelztiegel Tote Sektoren Start 1 von 12 Also 6 gegen 6 Ist es Jetzt heißt es natürlich erstmal Warten Dass man aber auch sein Headset hier nicht ausschalten kann Irgendwie Oder kann man das irgendwie hier machen Hier rüber Ein Profil ansehen ist ja eh nur Uiuiui Das ging aber schnell Ja So Dann schauen wir uns Den Multiplayer jetzt mal an Huch Wofür ist denn jetzt? Und schauen mal wie wir kläglich versagen werden Weil wir es erst nochmal spielen Hallo Jungs Ich bin nicht so gut Ich tu nur so Oh, plupp Da ist einer aufgepluppt Uiuiui Mond, Och wie darf Wir dürfen zum Mond fliegen Jaaaa Als kleines Kind habe ich schon immer davon geträumt zum Mond zu fliegen Jetzt ist es endlich möglich Jaaaa So sieht es auf dem Mond aus Da will ich aber nicht hin Bravo Kontrolle Nimm Zonen ein Eliminiere Gegnerische Spieler Heißt das Spielmodus? Seid zu kämpfen Hüter Erobert alle Zonen Wow Geil Woho Ich weiß gar nicht wie mal das Ding fährt Ich weiß gar nicht wie mal das Ding fährt Hallo Yeah 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 Zone A ist sicher Geht Führung Yeah Ich glaube ich habe schon eine erledigt So wie es aussah Äh Der versucht zu pflichten Der Dreck sagt da hinten Bleib stehen Oha 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 Zone C ist sicher Führung abgegeben Wiedereinstieg Ähm Ach da ist Zone A Zone A verloren Zone C Woran sehen wir denn dass wir es verloren haben Achso dass es rot ist Ok Der Feind hat Zone A erobert Der Feind hat Zone A erobert Wow Wenn die immer mit Fahrzeugen kommen ist das ein bisschen Creepy Mit Fahrzeugen ist das aber schon ganz schön Anstrengender Oh nein Oh nein Oh nein Hehehe Zone B ist sicher Ja Der Reflex kann gut spielen Man sieht's Mit Fahrzeugen Hab ich es hinbekommen Aber jetzt hier So den haben wir Einen Kill Was 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 Zone C verloren Zone A neutralisieren Wow der schießt hier rein Zone C eingenommen Zone A erobert Spezial Munition Sehr schön Da gibt's auch nochmal Muni Was haben wir hier liegen Auch Spezial Munition Ja Na ja gut Was wir haben haben wir Boah springt doch noch Oh nein Zone C neutralisiert Zone B verloren oh nein das mit den Fahrzeugen finde ich ein bisschen um ja bisschen zu stark ein bisschen übertrieben weil du hast ja gar keine chance gegen die Fahrzeuge als q-soldat war scheint einer zu sein Nehmen wir mal das Automatikgewehr. Vielleicht komme ich damit besser klar. Das erinnert natürlich auch ganz stark an... an Battlefield jetzt gerade, mit Zone A, Zone B und sowas. Ah, da hinten gibt's Dings Munition, die können wir uns mal holen fürs MG. Dann haben wir die schon mal. Superbereit! Ja, das könnte vielleicht hilfreich sein gegen die Fahrzeuge, die ist superbereit. Unsere Superfähigkeit. Wenn wir mal hier unten lang laufen, durch die Höhlen. Und uns... Und uns die Super-Munition da oben mal holen. Oder beziehungsweise die Munition fürs MG. Okay. Uah! Uah! Sehr schön. Yeah! Awesome! So spielt man mit Studenten. Haha! So spielen wir mit Studenten. Ja, ist auch schön. So ein... So ein klassischer Multiplayer jetzt hier in Destiny... Ne, macht... viel Spaß. Muss natürlich jetzt erstmal reinkommen. So... Zone B ist neutralisiert. B wird neutralisiert. Zone... Zone A verloren. Zone B ist sicher. A mal verloren. Gut, dann gehen wir mal in Richtung A. Führung übernommen. Der Feind hat Zone A erobert. Macht ja nix, soll er erobert haben. Führung verloren. Sehr schön. Wow! Ach, von hinten! Ui! Uiuiuiui! Mein Freund. Aber auch schön... Uah! Schön detailliert das Ganze auch so. Der Mond und alles. Toll gemacht. Muss ich ja mal... Bungie nochmal loben. Sieht sehr nice aus. So die Umgebung auch. So, dann gehen wir mal nach A. Und hoffen mal, dass da niemand... In Führung. In Führung. In Führung. Warum... Warum brennt der so? Er hat Zone A erobert. Huhuhuhu! Oh! Da wurde ich mal so eben weggelasert. Mal so ganz... ...forschend schnell. Weint hat Zone B erobert. Zone A verloren. Zone A verloren. Okay, unsere... ...MG Munition fällt mir grad auf, ist weg. Zone A erobert. Zone A erobert. Zone B neutralisiert. Wah, 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 wah. Die hat Zone B eingenommen. Wow. Ich hab ihn nicht gesehen. Nein, ich hab ihn da nicht gesehen. Verdammt. So ein Mist aber auch. Mann. Naja. Aber es macht... ... sehr, sehr viel Spaß. Finde ich. Zone B verloren. Schwere Munition kommt. Schwere Munition kommt. Okay. Zone A neutralisiert. Wie schießt denn da? Du hast schwere Munition. Zone C verloren. Du hast schwere Munition? Wo hab ich denn schwere... Ach da! Ach so! Das wechselt immer. Ah, jetzt ja. Eine Insel. Da macht sich einer unsichtbar. Von meinen Mitspielern. Der hat wahrscheinlich schon so eine Funktion. Oder so eine Verbesserung. Führung abgegeben. Führung übernommen. Schwere Munition. Zone A verloren. Ihr habt Zone C neutralisiert. Ihr habt Zone C neutralisiert. Bis jetzt haben wir noch keinen Gegner hier. Gott sei Dank. Ihr habt Zone C eingenommen. Bin ich auch ganz froh drüber. Jaach, hinter mir war schon wieder einer. Naja. Aber so schlecht bin ich gar nicht. So schlecht spiele ich gar nicht. Man sieht's. Aber ich vergesse mal meinen Super bereit einzusetzen. Da sollte ich vielleicht gleich mal... Sollte ich vielleicht gleich mal tun. Zone A wird wild umkämpft. So wie es ausschaut. Ohhhh. Der war ja wohl mal Fail. So wie es ordentlich Näht. Zoho, der war ja wohl mal Fail. Den war mal richtig Fail. Aber ich hab den da hinten gekillt. So mit den ich irgendwie zugehört. Das ist sehr gut. Ohhhh. Darauf hat der doch nur gewartet. Darauf hat der doch nur gewartet. dann stand da. Mein Gott. Wollen wir mal gucken, ob der Zerstäuber hier eigentlich was bringt bei unseren Gegnern. Ob ich da viel mitreißen kann. Ja, ein bisschen. Wo? Mal nachladen. Ich sollte vielleicht auch mal nach hinten gucken, was hinten abgeht. Ich guck immer nur nach vorne. So. Und ich sollte auch auf die Zeit achten. Aber ich denke, dass wir die Runde locker schaffen, weil es sind ja nur noch eine Minute... ...eine Minute 43, das haben wir. Ja, der Feind hat alle Zonen. Zonen C neutralisiert. Das heißt... Schwere Munition kommt. Führung verloren. Führung verloren. Zonen C ist sicher. Schwere Munition verfügbar. Oh, da ist ein... Oh, da ist ein Gegner. Ja. Warte, wer schießt... Ach, da oben. Führung abgegeben. Ja, vielleicht werden wir es nicht gewinnen, aber naja. Wir haben es mal gesehen. Haben mal mitgespielt. Sehr schön. Ähm... Obwohl, wir haben doch mehr Zonen wie der Gegner. Da irre ich mich da jetzt. Führung übernommen. Ja, Führung übernommen. Zone B ist neutralisiert. Zone A verloren. Noch 30 Sekunden. Bleib konzentriert. Zone B ist sicher. Nein. Mist. Noch 20 Sekunden. Oh, jetzt diese dramatische Musik. Jetzt, jetzt müssen wir noch irgendwas reißen können in den letzten paar Metern. Zehn Sekunden. Ja, zehn Sekunden. Zeig es Ihnen. Auf jeden Fall. Hier haben wir... Zone C verloren. Mit einem einzelnen Sieg gewinnt man keinen Krieg. Aber es ist ein Anfang. Gute Arbeit. Aber es ist ein Anfang, genau. Gute Arbeit. Dein Team hat gewonnen. Sehr schön. Awesome. Jawoll. Ah, da kriegt man dann auch diese... Die Upgrades. Verbessert man sich auch. Ach, so schlecht war ich gar nicht mit 13 Kills. Ja. Ich habe aber keine Prämie bekommen. Der Letzte bekommt eine Prämie und der Erste. Das ist natürlich auch geil. Okay. Also, lohnt es sich auch mal letzter zu werden, so wie es aussieht. Ähm. Ja. Ich würde sagen, das war der PvP-Modus. Und, äh, ja, ihr habt den auch mal gesehen. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt noch eine Folge mache. Weiß ich noch nicht. Wenn dann, ähm, vielleicht noch eine Runde PvP. Ansonsten, ähm, würde ich sagen... Ach, wisst ihr was? Ich mache noch eine Folge PvP-Modus. Also, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.